Willkommen in der Asklepios Klinik Seligenstadt. Eine Klinik, in der sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wohlfühlen. Das hier ist Carla. Sie hat ihre Ausbildung bei uns im Haus gemacht und wurde im Anschluss direkt von uns übernommen. Heute ist Carla bereits seit fünf Jahren bei uns und profitiert von vielen unserer Mitarbeiterangebote, wie zum Beispiel Fitnessstudio-Vergünstigung, Jobrat oder der Klinikrente. Darüber hinaus steht ihr auch in schwierigen Zeiten mit INSIGHT ein vollumfängliches Mitarbeiterunterstützungsprogramm zur Verfügung. Doch das ist erst der Anfang. Denn wenn Carla mit ihrer Familie in den Urlaub fahren will, nutzt sie unsere Vorteile aus unserem Konzernverbund und erhält besondere Angebote bei der Autovermietung, bei der Übernachtung im Hotel oder im Centerpark. Selbst bei Aktivitäten vor Ort unterstützen wir sie zum Beispiel mit vergünstigten Freizeitparkeintritten oder besonderen Angeboten für Stadtrallys, Bootstouren und vieles mehr. Wir in der Asklepios Klinik Seligenstadt sind für unsere Patienten da. Aber wir sehen es auch als unsere Aufgabe an, dass sich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns dauerhaft wohlfühlen und gerne bei uns arbeiten. Wenn ihr wie Carla an einem mitarbeiterfreundlichen Arbeitsumfeld interessiert seid, dann setzt euch gerne direkt mit uns in Verbindung. Auf Wiedersehen. Übersehen. Untertitelung des ZDF, 2020